fang ich mal an setzt aus was spielst du jetzt mal mal? spielst du irgendwas? was spielst du? roppenvortieren ja, ich mach da hin sind zwei die passen gleich zusammen lol ich hab derer sogar zweit warte mal, auf der hat das deine geräte? was? das? ja jetzt nicht mehr warum legst du die jetzt alle raus weil wir Kartensortieren spielen also und wer darf sie dann wieder aufheben? wenn man da so durchfragt ja oh man ja 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 kreuzkönig auf ne pik8 ne pikass pikass ne ich doch das war schon nicht vergraben Mist ich komm irgendwie nicht weiter